Ich hoffe sicher, dass du weißt, was du machst. Ich bleibe hier und warte für meine Fahrzeuge. Spritzen! Wo soll ich denn dann lang gehen? Ah, das ist die Taschenlampe. Ah! Alter! Wer schreit da rum? Ach, ich hab mich grad übellich erschreckt. Oh, scheiße! Wenn ihr das hier gehört habt. Wenn ihr das hört. Huuu! Wenn ihr das hört, dann spielt... Dann spielt... Der spielte grad Deutschland gegen Portugal. Also nicht im Endeffekt. Huuu! 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 Was ist nur geschehen? Shotgun! Ammo! I like it! Munitions Ammo! Los, komm schon! Genau! Irgendeiner muss ja mitkommen, er muss ja mitkommen! Ja, vielleicht, wenn du dich Türen öffnest. Oh! Man, did you see that shot? Oh, nice in my face. Obwohl das schon eine bisher älter ist... Noch ein Sicherheitsmann dem auch dabei. Man, did you see that shot? Ja, du warst großartig. Der soll mitkommen, da. Ja. Roger that, let's run like hell! Zu dritt ist er. Verrückt oder was? Du bist doch bescheuert. Ich hab ihn doch nicht Ich hab den glaube ich nicht Lecker! Mittag! Was war da wohl dahinter? Iiiiihihihihi Iiiihihihihihihi AHHHHH Nein nicht noch mal, joh! Scheiße! AHHH Du Kackkopf Scheiße! 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 Schuss. Ok. Kann ich mir speichern? SAVING! Save. Woof! WANn. Aaah! Waaahhh, schande! AAAAAH! UGH! Nein, stirb doch mal! So müsste es sein. Muni. Die Erde. Irgendwie als die zwei Leute... Oh, hier unten vielleicht nur irgendwo so eine Heilstation. Ich will da oben ran. So weh gebracht. Ich brauche unbedingt eine Heilstation jetzt. Hm. Uh. Cool. Ich hoffe, diese Leute in der Lambda-Labe können das unter Kontrolle bekommen. Nee, hier gibt es nichts mehr unter Kontrolle. Na lecker. Die Dimensional Breach ist definitiv ein Organic-Material. So. Ich rede ruhig weiter, während ich hier vorbeilaufe. Und, ähm, erstmal schön nachladen. Ich will da oben hin. Ja. 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 Ja.